Ja Leute, willkommen zurück bei der sehr entspannten Layers auf 4 Folge, der Rollstuhl bewegt sich noch. In der letzten Folge wurden wir von ein paar Puppen begrüßt. Sehr sympathisch. Richtig sympathisch. Die haben irgendwie so angefangen zu zucken und dann auf einmal sind die auf uns zugeflogen. Ja. Und die Tür ist weg, die da war. Und ich würde die alte immer noch holen. Ich habe Angst. Klassiker. Dann gucke ich doch durch. Die ist so nicht so. Die ist so nicht so. Die ist so nicht so, wenn ich erst eine Puppe halte. Ich will keine Puppen mehr sehen. Das sind die doch alle. Diese Puppe ist nicht da gerade hergezogen. Das war doch ein Kind oder nicht? Ich war doch ein Kind oder eine Puppe. Wie schnell das war. Ich will nicht mehr mit Kindern arbeiten. Ich will nicht mehr mit Kindern arbeiten. Ja, alles besser so. Ich werde doch Puppenmacher. Ja, klar. Ja, klar. Schön, der Puppe hinterher. Probier keine. Das ist ein Kind. Das ist keine Puppe. Wie dieses Kind rennt. Aber was ist das da oben? Das sieht komisch aus. Soll ich dahin machen? Dann kommt das Geheule von da. Ich hör kein Geheule. Ich geh nicht dahin. So hab ich das Gefühl. Komm mal nicht gerade aus. Da ist eigentlich wenig ins Dunkeln. Ah, jetzt bleibt's. Ist das jetzt vor ne Wand gerannt oder so? Irgendwie schon, ja. Warte, was ist das? Da ist doch ein Kind aufgespießt. Puppe. Oh nein. Äh. Nee. Hä? Was? Komm, verwirren. Das finde ich witzig. War mir klar. Ah. Leute, das ist so. Fuck, ey. Wieso muss ich da hin, wo... Wo... Ich definitiv... Oh nein. 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 Haben die das jetzt so gestaltet? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Joel, ich glaube, ichики nicht 떨chen. Was war das? Westf. hab ich das Ding jetzt getötet oder was war das? ist aber nicht der toten Raum, oder? Warte 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 Schönen Schönen Überhör dich bitte Ich geh nicht dahin Nein Es kommt im Schmuck Schnell um die Ecke Warum sollte so aufgehen? Ah Wette ermunternte auf Der Pfeil zeigt doch in die andere Richtung Na wahrscheinlich. Alter, das ist ein Kind. Krass. Also es scheint, das hätte es passieren müssen. Ich glaube übrigens, die ganzen Räume, die zu sind, da müssten wir vorher Schlüssel finden. Und wir finden die nie, weil wir zu feige sind, mal wieder zurück zu gehen oder so. Von der ich kennt die Zimmertür. Ja. Oh nein. Oh nein. Das sieht anders aus. Guck mal, die Pumpe sieht doch schon anders aus. Ich will gar nicht wissen, wie die das gemacht wird. Du machst die Tür zu. Das ist auch neu. Die Pumpe, der schenkt seinem Kind solche Pumpe. Wie hässlich die sind. Ich will das Ding nicht anmachen. Ich will die nur so Albträume haben. Ja Leute. Wir wissen, wofür die Uhr ist. Wir wissen nur nicht genau, was jetzt anders ist. Ey, wofür das ist. Was war das? Was war das? Atmosphärische Musik. Was war das? Was war das? Wie wird das schlecht von? Die Pumpe verschwinden. Und zweite Zeile. Pumpe. Halt. Ja, ach du. Oh nein. Ja, ach du. Guck mal. Das ist doch Team Rollstuhl. Könnten wir das wir sein, die immer so komisch böse dargestellt sind? Ja. Oh nein. Das ist anders. Ja. Das ist anders. Ja. Ich träume davon, ich sag dir das. Das ist so schlimm, Leute. Ich weiß, wenn man zuguckt, ist es nie so spannend. Das sind wir. Ja, sind wir auch. Der Maler. Und da Mama und... Weil er sitzt ja immer nur vor seinen Bildern wahrscheinlich. Die kann ich drehen. Wie könnte ich es denn? Links. Links klicken. Oh Gott, oh Gott. Ist hier vielleicht der, der alles... Wo könnte ich... Ich mach das doch nicht. Ich mach das doch nicht. Was war das? Weiß ich nicht. Was spielt? Wetter. Da zögerst du bei Haaren? Oh Mann. Scheiße. Ich weiß noch genau, was jetzt kommt. Ich weiß noch genau, was jetzt kommt. Der ist ja noch sch... Das ist doch richtig... Der ist ja noch schlimmer, Alter! Ah!" Eigely sindidores. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Ich verstehe was... Das war überhaupt nicht wspiel. aber ich will gucken ob jetzt nichts da siehst du da bist doch eigentlich auch die zeichnung ich hasse selbst jetzt du bist immer alleine gewesen du wirst immer auch für ein schwerwiegender fehler werden eigentlich hätten wir das abfotografieren müssen wir jetzt sind andere teile da die vorher nicht da war und sind aber wieder verschwunden ich oder mein feuer war hier irgendwie noch was aber beende ist immer größer das ist doch ist das nicht ihre schrift die hat auch so eine krackel die kugel die schrift ja klar jetzt sind wir langsam gesteuert und noch nicht halbzeit ich muss weiterspielen müssen noch ein jetzt nur zehn minuten wir müssen den zuschauern zu lieben und ich mache 25 minuten folgen ja leute da war es das weil das problem ist man speichert immer in dem raum und das ist ein level und ein level ist doch schon ihr gemerkt hat ein bisschen länger und ich bin ziemlich sicher jetzt kennen wir gar nichts mehr aber jetzt sind wir auch nicht mehr wasser für andere teile obwohl ja bis zum telefon ja so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020